Ich muss jetzt noch alle anderen Spieler töten, Leute. Um die Challenge zu gewinnen, muss ich jetzt alle anderen Spieler töten. Schaff ich, Leute. Schaff ich ganz bestimmt. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Skywars Challenge. Und zwar spielen wir eine Challenge von Fabian Gapp. Und Fabian Gapp hat geschrieben, Hashtag Challenge Time Skywars. Die Robin Hood Challenge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, du musst mit den Archer Kids spielen und du darfst Kills nur mit dem Bogen machen. Also ich kann die Leute abschießen mit meinem Bogen oder ich kann sie runterschlagen mit meinem Bogen. Das macht keinen Unterschied, hat er gesagt. Aber Leute, ich darf die Leute nicht mit Schwertern oder ähnliches töten. Es ist ein bisschen schwierig, aber egal, Leute, ich versuche mein Bestes. Die Challenge ist geschafft, wenn ich fünf Kills in einer Runde schaffe. Es wird ziemlich, ziemlich Hardcore, ziemlich schwierig. Aber Leute, ich gebe natürlich mein Bestes. Ihr kennt es, Fix ist am Stissel und versuche natürlich alle Leute wegzuracken. Wir spielen jetzt auf der Map Radur, weil die ist ein kleines bisschen größer und da habe ich vielleicht ein kleines bisschen bessere Chance, die Leute runterzuboxen. Und, oh Mann, ey, Leute, das wird, das wird was. Ich sage es euch, ne. Ich darf, okay, sehr schön. Das wird richtig, richtig tricky. Okay, ich darf sie nur mit dem Bogen töten, ne. Entweder ich boxe sie mit meinem Bogen oder ich schieße sie ab. Oh Mann, Leute, das wird scheiße, Mann. Warum macht man so eine Challenge, ey? Das gibt es nicht. Egal, ich versuche die Leute einfach mit meinem Bogen runterzuboxen. Und falls ich vielleicht einen guten Hit lande oder so, dann kann ich die auch mit dem Bogen runterschießen. So, wo sind die ersten Gegner, Alter? Ich brauche euch. Oh, da vorne. Vielleicht kann ich auch abstauben, aber ich glaube, ich mache niemals genug Damage, um... Nein! Oh! Was? Ich glaube, ich mache niemals genug Damage, um die mit dem Bogen zu töten, also zu schlagen. Zu töten, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich boxe ihn auf jeden Fall runter. Einen habe ich. Und, oh, was? Zwei habe ich. Fix ist gg. Ender Pearl ist auch daneben. Oh! Oh mein Gott! Was? Als ob! Als ob! Ich gerade zwei Kills gemacht habe, nur mit einem scheiß Bogen. Was? Leute, ich will von euch allen fix ist gg in den Kommentaren sehen, Alter. Schreibt alle mal Hashtag fix ist gg in die Kommentare. Oder lasst dem Video einen Daumen oben da, wenn ihr es feiert, dass ich Challenge-Time baller. Und jeden Tag auch noch Sky Wars 100er-Kadde-Serie. Ich nehme das übrigens gerade vor der 100er-Kadde-Serie auf. Falls ihr euch fragt, hä, fix, wie spielst du Sky Wars, aber du machst eine 100er-Kadde-Serie. Hä? Ich check's nicht. Aber Leute, ich nehme es gerade vorher auf. Wie ich es mache, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich dann 100er-Kadde-Serie gestartet habe, gibt es keine Sky Wars Challenges mehr. Außer ich mache die Challenges auf Revi. Also ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein paar coole Sky Wars Challenges für mich habt. Auf Revi am besten. Weil, ähm, aber ihr müsst bedenken, ich habe keine Dinger. Keine Kids auf Revi. Aber, äh, damit ihr einfach wisst, so, yo, der Fix, der spielt jetzt nur noch auf Revi Sky Wars. Treff ich ihn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn abschießen soll. Ne, Leute, ich lasse es lieber. Ich schaue mal ganz kurz da unten hin. Da sind ein paar Sachen für mich. Ich brauche noch drei Kills, Alter. Wie soll ich denn jetzt noch drei Kills machen? Das ist ja, ist ja asozial. Außer, einen habe ich. Und noch, was? Joggen. Was? Nice. Ich habe vier Kills. Oh mein Gott. Was geht denn ab? Der ist nur runtergelaufen. Ich weiß nicht, ob der gehackt hat. Es kann sehr gut sein, dass er gehackt hat und einfach dann runtergelaufen ist, um seine Hacks zu vertuschen. Aber ist mir wurscht, Leute. Wir haben schon vier Kills mit dem Archer-Kill, ey. Und wir haben noch einen Pfeil. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Chancen, hier auch noch den fünften Kill zu machen. Oh, vor allem, vor allem jetzt. Vor allem jetzt. Ja, tötet euch. Und wenn die dann hochkommen, dann boxe ich ihn da runter, Alter. Das muss funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Zur Not spreng ich alles in die Luft. Soll ich zur Not einfach alles in die Luft sprengen? Ich weiß es nicht. Könnte ich natürlich auch machen. Zur Not einfach komplette Insel in die Luft sprengen. Leute, das mache ich. Wir machen einmal so. Dann verteilen wir hier mal so ein kleines bisschen TNT. TNT kann man immer mal gebrauchen. Und dann, warte, ich mache noch so einen Deckel drauf, damit das TNT nicht wegfliegt. So, perfekt. Ah, ich weiß nicht, ob der, der muss hochkommen, Leute. Der muss hochkommen, damit ich ihn töten kann. Oh, ja. Nein, nicht hier. Nicht hier hochkommen. Junge, geh wieder runter. Nein. Ich, oh mein Gott. 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 Was? Nice. Fixes GG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fast hätte ich meinen Pfeil verschossen, Alter. Ich gehe hier nach oben. Ciao. Wir sehen uns. Nie wieder, Alter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Bitte. Bitte lass mich einfach in Frieden. Ich will doch nur in Ruhe hier mit meinem Archer-Kid überleben. Oh, er will schon Sina machen. Oh mein Gott. Angel. Okay. Junge. Was läuft bei dir schief, Alter? Was bist du für ein Schwitzer, Mann? Aus solche Leute will ich halt niemals treffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, er ist der Todesschwitzer, ne? Oh mein Gott. Okay. Er ist der krasseste Schwitzer, Alter. Überhaupt. Leute, habt ihr schon mal so einen krassen Schwitzer in Skyward? Ja, er wird gekillt. Hoffentlich wird er gekillt. Ich boxe ihn einfach runter. Was? Nein, als ob ich Lowe war. Ja, genau. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in Runde Nummer 2. Bis gleich. Nice. So, ich bin in Runde Nummer 2 und ich spiele auf der Map Summertime. Ich spiele natürlich wieder mein Archer-Kit und muss gucken, dass die Leute hier mit meinem Archer-Kit vielleicht ein bisschen wegklatschen. Aber Leute, ich boxe die einfach mit meinem Pfeil und Bogen runter. Ich habe hier extra die Map gewählt, weil die relativ klein ist. Und dann können wir die Leute nämlich richtig schön auf dieser kleinen Map mit dem Pfeil und mit dem Bogen, oder beziehungsweise nur mit dem Bogen richtig in die Fresse klatschen, Alter, und wegracken. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, das wird schon irgendwie. Ich baue mich jetzt erstmal hier nach oben, zudem auf die Insel. Hallo, ich komme zu dir. Na, alles gut? So, und dann hoffe ich mal, dass da irgendwie scheiße läuft, dass ich ihn runterklatschen kann. Oh, ist halt echt eine schwierige Challenge, ne? Vor allem 5 Kills, Leute. Nein. 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 Nein, zwei Pfeile ver... Was? Hat er meine Pfeile eingesammelt? Oh mein Gott. Mann. Nein. Ich habe zwei Pfeile verschossen. Ist hier irgendwo einer noch? Ja. Oh mein Gott. Okay, perfekt. Ich habe noch einen Pfeil. Gott sei Dank, ey. Was habe ich für ein Glück? Okay, warte, wir schauen mal. Hier ist hier jemand. Hallo. Da vorne ist jemand. Ich könnte ihn überraschen mit einer Perle. Komm, das machen wir. Und Überraschung. Tschüss. Ja. Alter. Fuck, da kommt der Nächste. Okay, er kommt nicht. Er kommt nicht. Einen Kill haben wir wenigstens. Einen Kill haben wir wenigstens. Ich gehe mal hier nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was mache ich für eine Scheiße, Mann? Ohne Spaß. Richtig dünn. Ja. Komm, 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 komm. Was? Nein, ich habe meinen Pfeil. Nein. Mann. Keiner bekommt einen Knockback mit einer normalen Faust, ey. Wir sind in der letzten Runde drin. Und ich versuche hier in der letzten Runde mein Glück. Ich hoffe einfach nur, dass ich vielleicht die 5 Kills hier schaffe. Mann, ich war so knapp dran in der ersten Runde. Aber egal, Leute. Ich schaue einfach hier, ob ich die 5 Kills schaffe. Wenn nicht, dann weine ich. Wenn schon, dann weine ich auch vor Freude. Okay, fix halt dein Maul. Ja, aber ich denke, das wird schon irgendwie. Ich hoffe es einfach. Es wird schon irgendwie, Leute. Ich glaube an mich. Ihr müsst einfach nur fest genug an mich glauben, Leute. Glaubt ihr an mich? Wenn ihr an mich glaubt, dann müsst ihr genau jetzt in diesen Momenten einen Daumen nach oben da lassen. Und euren Freunden das Video zeigen. Weil dann glaubt ihr so, ich habe meinen Card gemacht. Nicht mein fucking Ernst. Ich habe gerade wirklich einen Minecar gemacht. Was? Mann, verpiss dich, du scheiß Minecar. Ey, schade. Okay, Leute. Lasst mal mit dem Daumen nach oben dafür. Freddy, das ist mein Car. Aber es wurscht. So, ich komme jetzt hier mit meinem Bow. Nein. Nein. Oh, shit. Mann. Oh, verdammt. Schön verschossen, den Pfeil. Meint ihr, er kommt raus? Hat einen Ende, der Schmöll. Oh, Mann. Okay, scheiß drauf. Nein, Mann. Jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Leute, das kriege ich nie wieder rein, ey. Fuck, jetzt muss ich einen Kill mehr mit dem Bogen so machen. Das wird einfach... Das ist unmöglich, diese Challenge. Da kann ich gleich einfach mit einem Schwert kämpfen, sozusagen. Oder nur mit... Nein, nicht mal mit einem Schwert. Da kann ich nur mit meiner Faust kämpfen, Leute. Komm, wir machen eine coole Challenge-Fix. Kämpfe einfach nur mit deiner Faust. Das macht Spaß. Tschüss. Nice. Okay, ersten Kill haben wir. Hallo, ich sehe jemand. Äh, nein, da ist leider kein... Ja, er hat sich safe... Oh. Zum Glück hat er sich nicht gerettet mit einer Enderperle. Okay, habe ich hier vielleicht noch irgendwas Gutes. Verdammt, Alter. Ich habe echt scheiße. Vor allem, ich habe nicht mal Schuhe, weil ich einen Minecar gemacht habe, ey. Das gibt es nicht. So, wir haben jetzt noch einen Pfeil. Natürlich die Frage, wo gehe ich jetzt am besten hin. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt mal da rüber, weil da habe ich wenigstens einen Gegner gesehen. Und da muss ich wenigstens nicht so weit bauen. Ah, wobei auch zwei Inseln. Alter, warum macht ihr das mit mir? Wieso kommt ihr nicht einfach zu mir und lasst euch runterboxen? Das macht doch Spaß. Vor allem, ich muss jetzt noch... Ich muss jetzt noch alle anderen Spieler töten, Leute. Um die Challenge zu gewinnen, muss ich jetzt alle anderen Spieler töten. Schaffe ich, Leute. Schaffe ich ganz bestimmt. Ganz bestimmt wird er fix jetzt vier Leute. Vor allem damit drei Stück einfach nur mit der Faust töten. Oder beziehungsweise einfach nur mit dem Bogen töten. Ganz bestimmt. Ich schaffe das, Leute. Ich glaube an mich. Das wird leicht. Ihr habt noch nie so etwas Leichtes gesehen. Hallo. Als ob. Als ob. Komm, Mann. Was machst du denn? Was ist das für ein Server, ey? Das kann nicht wahr sein. Komm, spring. Spring. Ich habe keine Blocki mehr. Geil, Alter. Einfach nur Premium. Einfach nur richtig, richtig Premium. Okay, komm her, Alter. Ich boxe dich so weg, Alter. Oh mein Gott. Ja. Ich habe ihn wenigstens getötet. Oh Mann, Leute. Okay, schade. Diese Challenge ist ziemlich, ziemlich schwierig, Leute. Ihr könnt sie auf jeden Fall gerne mal selber ausprobieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem Video, welches heute früh online gekommen ist. Einfach da drüben draufklicken. Hier an der Seite jetzt. Klick drauf. Los. Du schaffst es. Ja. Ja. Lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.